Stimmt nicht, du hast da hinten Pflaster gesetzt, obwohl das normale Stein wäre. Ja, aber ich will doch erstmal hier bauen, dann hochgehen, meine gebrannten Steine holen, die Pflaster... Nooo... Geh selber weiter bauen! Okay. Läuft die Aufnahme überhaupt noch? Ja, ich habe sie gerade eben wieder gestartet. Das heißt, normalerweise rein theoretisch, warte, sag ich einfach mal jetzt Hallo bei Aufnahme Nummer 4, das heißt, das müsste jetzt die Aufnahme für Freitag sein. Das heißt, normalerweise dürfte die ab Freitag zu sehen sein. Das heißt, alle Leute Hallo zum Freitag, falls diese auch wirklich dann am Freitag rauskommen, so wie geplant ist. Wenn die früher kommt, kann ich leider nichts dazu, denn dann haltet euch zurück und guckt sie euch halt erst am Freitag an. Ja, werdet ihr wahrscheinlich eh nicht tun, weil die Suchtkrüppel, die unbedingt meine Videos gucken wollen... Okay, Entschuldigung, dass ich euch Suchtkrüppel genannt habe, ihr lieben Menschen da draußen. Es war nicht so gemeint! Es tut mir auch leid, ehrlich. Ganz doll leid, tut mir leid. Ein bisschen. Ganz doll. So doll. Ein bisschen. Ganz, ganz doll. Ein bisschen. Äh, jetzt spiele ich ja mal meine ganzen Sachen nicht runter, ne? Ich versuche mich hier gerade zu Entschuldigungen für Scheiße, die ich mache und du versuchst das hier wieder zu extremifizieren. Ich bin kein Extremist. Du Arschloch. Arschloch. Irg, deine Bude ist aber ganz schön groß, du. Welche? Die oben auf dem Berg? Ne, da wo du wohnst. Achso, die vor dem Berg. Die mit dem komischen Bett. Hä? Welche meinst du jetzt? Egal. Geh mit dem Amboss. Meinst du jetzt? Geh mit dem Amboss. Äh? Okay. Ah, du meinst die Holzhaushütte, die in den Berg reingebaut ist. Ne. Auf dem Berg. Oder? Moment. Nein, in den Berg. Doch, doch, in den Berg. Ja. Auf dem Berg, zum Berg. Ja. Ja, das ist mein momentanes Haupthaus. Oh, das ist mein altes Haus. Ja. Dein altes Haus. Voll Althaus. Haus alt. Ja, hallo, das ist jetzt gerade mal vielleicht am Freitag zwei Wochen alt. Das ist vielleicht mal gerade von gestern. Hä? Oh, mein Rücken juckt so. Dann waschen, nicht kratzen. Ich hab ihn gekratzt. Ah, das macht's doch nur noch schlimmer. Nee, jetzt ist wieder gut. Ja, 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 ja. Das sagen sie nachher alle. Uh. Das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Ich kann nicht schwanger werden. Entschuldigung an alle, die jetzt schwanger sind, die mein Video geguckt haben. Entschuldigung, es tut mir auch leid. Es ist trotzdem nicht von mir. Ja, Yves, ne? Ja. Du alter Stecher. Was soll denn das jetzt heißen? Negativ. Freund und Kupfer, Stecher, du hier. Kupfer? Ja, Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das war jetzt so. Es gibt Diamanten bei dir daheim, ne? Hä? Aber da sind schon viele Diamanten bei dir, Yves. Ja. Wenn ich nicht alle Löcher, die ich gebuddelt habe, wieder zugemacht hätte, wären da auch noch ziemlich viele Löcher. Okay, das klang jetzt falsch. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, da ist Lava. Hä? Da ist Lava. Wo ist Lava? Hm? Wo ist Lava? Irgendwo. Hör auf, mein Haus abzufackeln, du Sau. Irgendwo, ich bin auch gar nicht in deinem Haus. Ich bin gerade über diesem Boot steht. Ja. Ich kann aber gern zu deinem Haus abfackeln. Nein. Ansonsten fackel ich deins nämlich ab. Oh, Yves kriegt wieder Angst. Oder ich mach was anderes mit dir. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich bin ja nicht so asy. Aber ich kann so asy sein. Hm. Ja. Dann... ...gib ich dir... ...ein Gefällt mir nicht. Hast du eigentlich schon meine Seite abonniert? Nein, noch nicht. Kam ich noch nicht dazu, so wirklich. Und außerdem hast du mir noch überhaupt nichts gesendet, wo ich liken oder so könnte. Ich hab dich abonniert. Mein Kanal hat dich abonniert. Echt jetzt? Echt jetzt. Echt jetzt. nicht mit gerechnet. Irgendwie hörte sich das gerade an, als wäre hier ein Zombie. Nein, nee. Du musst alles gut ausleuchten. Ach nee, hab ich doch schon. Ja, dann passt's. Wenn du's nämlich nicht machst, dann... ...dann kommen böse Menschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Welche Menschen kommen nicht? Ich weiß nicht, ob man Zwomi noch als Menschen beschreiben kann. Danke. Das war gestern, aber nicht gesagt. Das ist eine Schwalbe. Ich bin an seinem Schalttisch vorbeigegangen und dann habe ich das hier gesehen. Das ist eine Mord, die wir in Fasson Jokken. Die ist heute Morgen abgestimmt worden. Also, die ist ungefähr weit nach Neukauk und hat niemand davon gehalten. Denkst du, er war ein Schiff? Das ist nicht eigentlich. Oder? Irgendjemand hat mir da was erzählt. Ich bin das so gleich verwaschen. Verrat. Hattest du? Ja. Du hast da was falsch verstanden. Ja. Du weißt, es wäre einmal in den Rheinland-Fall. Es ist sein zweiter Fassel-Send. Wie heißt es? Ja. Damm, 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 damm. Damm, 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 damm. Ja, und was geht wieder an der Rheintarrasse am Wochenende? Pfff. Keine Ahnung. Was hast du Wie viel Energy Drink hast du An einem Tag mal getrunken Also wann hast du Keine Ahnung mehr Es waren viele glaube ich 35 Oder so ein Stück rum Aber naja 35 Kann doch gar nicht sein 35 Aber das waren jetzt nicht welche mit 0,5 Liter Oder? Doch Monster Moment das muss ich eben mal aufrechnen Man ein paar Kaffee halt 35 mal 0,5 17,5 Liter Hättest du dann gepostet Doch bei 35 30 Grad im Schatten Sind das sogar ziemlich gut Gut Okay